Hallo und herzlich Willkommen zu Arma 3 Bird of Prey zusammen mit Dalukard. Birds of Prey. Okay, sorry. Dalukard mit Crabs, Liquid Duck, Sika oder wie spricht man das aus? Ja, Sika ist perfekt. Von Sofa Gaming und mit Reifinger-LP und hab ich wen vergessen? Haltung, Haltung bitte. Haltung. Hast du welche, man? Keine Ahnung, hallo. Ja, hab ich. Ich weiß jetzt nicht, wie man das repariert. Jaja, da musst du dir keine Sorgen machen, da bin ich ja der Spezialist für. Das ist einfach nicht... Den Raptoren, neue Zweifel. Ist nicht schlimm, dass du das nicht verstehst. Hast du deine Ausbildung gelernt, Lasse. Ist ja kein Problem. Sie haben mal einen neuen Weifel dran gemacht. Wenn du das jetzt, wenn du zum Schrottplatz fährst, dann können wir noch den Abend Dingens reparieren. Da haben wir deinem G. Geht drüber. Der verfolgt uns. Oh Gott. Der verfolgt mich nicht. Panik. Deswegen den Mobile Respawn sollten wir auch irgendwie versuchen immer safe zu halten. Nein, der ist ausgewichen. Nein! Hör mal auf zu, auszweichen hier. Ganz kurz, ganz kurz. Wir sind weg, die Panzer. Wir sind weitergefahren. Ne, ne, ich hab die abgeschossen. Boah, ich war nicht trashet. Echt? Ernsthaft? Ich bin jetzt gleich bei dem Spot, wo wir hin müssen. Ich renne da jetzt einfach hin, okay? Der Raptor hat mich noch mitgerissen. Links ist er, links, 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 links. Aus dem Auto rausgepflückt, ja? Ja, liegt er, aber wir können sie retten. Ja, ich hab, ich hab, ich hab genug Kids, ich hab genug Kids. Ja, aber du sitzt auch noch im Auto, das war so verwirrend. Ja, das sieht so aus, das krieg ich hin, glaub ich. Der ist nicht. Und ich hab mich so sicher gefühlt im Auto. Sehr gut, Hallu, sehr gut. Ja, ja, ich seh nicht, oder? Hallo, stopp. Ich hab keine Ahnung. Hallo. Hallo. Schießt ihr gerade? Nein. Ne, aber ich hab die Schüsse auch gehört. Ja, genau, weil hier sind noch zwei, wir müssen irgendwo zwischen uns sein. Danke. Hast du mehr Repair-Kids? Nein, hab ich nicht. Ich hab dir beide auf den Boden gelegt. Ja, ich konnte den leider nur bis gelb reparieren. Ja, hast du diesen ja auch, ne? Das ist soviel zu deiner Ausbildung. Ja, mit dem... Soll ich da den Weg voll machen? In dem Repair-Kit war ja auch nur ein Kaugummi und ein Gummiband drin, ja? Weißt du was? Mit einer Rolle Isolierwand und ein paar Kabelbindern solltest du alles reparieren können, als Spezialist. War ja nur ein Kaugummi hier drin. Ja. Ja, ja. Und da konnte ich zwei Autos mit reparieren, also ich bitte. Ich habe mehr erwartet. Lassen wir mal durchgehen jetzt. Können wir Anna mal liegen lassen, ja? Dann haben wir nämlich auch genauso viele Autos und Raptor. Das ist ein Raptor, keine Ahne. Also ich war schon am Ziel. Ich wurde nur abgeschossen. Okay. Da sind noch ein, vielleicht ein, zwei Gegner dort. Würde mich interessieren. Haben wir da am Ziel noch irgendeine Sprengladung? Oder haben wir noch Sprengladung, die wir da anlegen können? Ja, habe ich. Ich habe. Der Repair-Specialist. Kannst auch bei Dalu einsteigen, der hat einen Gunner hinten drauf. Bestimmt. Okay. Wir haben die Kamera repariert. Oh nice. Also, okay. Du hast mich hingefahren, ja? Repariert. Und ich habe dir die Porturkennstelle gegeben. Ohne mich wäre das überhaupt nichts geworden. Und falsch. Alles klar. Ob zum Ziel, Leute. Das schaffen wir. Das sind noch zwei, drei Hansi. Leute da, die werden. Lass andere kurz vorfahren. Wir müssen nur das Ziel. Was sind am Ende den Bericht, den wir dann abgeben. Ist ja egal, wie viele zurückkommen. Das hatte auch vorhin nicht mehr viel Sprit. Genau. Und dann kannst du vorher deine Munition uns geben. Nein. Ja, ess ich sie. Okay. Das würde er... Ne, das darf ich jetzt nicht sagen. Vierte Folge, aber nicht frauenfeindig. Hast du dir vorgenommen? Was schaffst du, zählst du nicht durch. Okay, ich sollte mit dem Mobile Respawn nicht näher fahren. Ja. Fahre mal einer. Wir müssen ein bisschen vorstehen. Hier der... Der gepanzerte SUV von Liquid, der soll vorfahren. Ja, dann sollten aber der Rest hier aussteigen. Ja, bitte alle. Ich steig doch noch rein. Ich mein, ich hab mir noch eine Leiche drin. Das ist eine schöne Ablenkung. Ich fahr jetzt offenbar aus den Gas. Stehen wir. Da ist noch ein Panzer. Da ist noch ein Panzer, ne? Geil. Da ist noch ein Panzer. Da ist noch ein Panzer. Da ist noch ein Panzer. Hier ist noch ein Panzer. Ich fahr nur um dieses Ding rum. Oh Gott! Fahr! Fahr und getroffen! Nicht gegen den Baum! Nicht gegen den Baum! Wir wurden doch angeschossen! Rapptor! Das ist doch Rapptor nicht los! Wir haben gewonnen! Ende! Bis nächstes Mal! Nein! Oh! War erfolgreich! Hat Spaß gemacht! Wo sind die Rapptormann? Die Rapptormann hinter euch! Ja, da waren drei Stück locker. Warte, wir haben aber noch mehrere Ziele glaub ich, oder? Ne, ne Quatsch! Ich will mich noch heilen. Also ich bin 27 Meter viel entfernt. Ich weiß es nicht. Das liegt bei den Raptoren. Also quasi... Ja! Ich werd schmabuliert! Oh! Shit, 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 shit! Die ist 31 Meter away. Renn der Mensch mal los! Also ich bin bei der Base, nur zur Info. Du willst auch beim Mobile respawnen! Ne, der ist nicht möglich! Ne, der ist nicht möglich! Okay! Ist noch jemand tot, der respawnen will, dann fahr ich nämlich den Alarm rein los! Ich spawner! Oh, ich bin auch weg! Oh, der fand verrückt vor! Eigentlich mehr sterben! Wir passen nicht ins Auto rein! Oh, ja! Übertreibst halt! Oh, aber danke für den heldenhaften Versuch! Ich hab mich mit allem Einsatz auf die Seite gerollt, aber es hat nicht gelangt! Also ja, zwei Leute passen noch in Hunter, dann haben wir ein Problem! No Madics nearby! Okay, respawn! Haben wir denn noch irgendwo ein anderes Fahrzeug hier oder auch nicht mehr? Okay, jetzt keiner mehr respawnen! Wir haben kein Auto mehr! Ja, okay, dann respawn ich nicht! Dann bleib ich hier liegen! Naja, du musst laufen! Wie hast du denn jetzt hier draussen? Wer steht denn jetzt hier rum? Oh, also ich bin Dwin! Ey, Alter, das ist ja richtig! Ich muss leider losfahren! Bannerwagen! Oh Gott! Ja, deswegen meinte ich ja, wir sollten den Hammett lieber mitnehmen! Ah, schade! Wo haben wir den Hammett denn abgestellt? Der steht vor dem Flugfeld, oder? Der ist explodiert! Und Anne, der hast wirklich keinen Daffel im Auto? Nee, der Hunter ist explodiert! Der Hammett nicht! Oder? Ja, aber er war noch viel weiter vorher! Der war doch mal in der Stadt, oder? Nee, nicht in der Stadt! Den hab ich gefahren bis zum Anfang vom Flugfeld! Also muss der da noch stehen! Wo ist der Hammett? Am Flugfeld! Du kannst dich aber noch mal killen! Und dann warten, bis die wieder vor Ort sind! Dann kannst du einfach den Mobile Respawn auswählen! Also der müsste... Ja, das ist ne gute Idee! Ich werde jetzt einfach einen Raptor in mir sehen und den die Arbeit übernehmen! Dann haben wir noch vor dem hoffen Gebäude abgestellt! Anne, genau das ist ne gute Idee! Du musst dich einfach noch mal killen und dann machst du Respawn! Da ist ein Raptor! Ja, das funktioniert! Ich guck eurem Auto zusammen zu! Und kann dann da sozusagen einsteigen! Aber... Unterwegs willst du es nicht so! Ne, du willst auch daneben spawnen dann! Das hab ich mal auch schon mal geschafft! Guck mal wie geil der da am Spazieren war! Locker neben der Straße! Alles cool hier! Alles cool! Ich bin neu in diesem Job! Der spaziert da immer noch! Haben wir die Ziele jetzt eigentlich alle erfüllt und durch oder was? Ne, ich wollte das nicht! Aber wir haben es erfüllt! Es ist ein Haken dran! Ja, das war bisher auch immer das einzige! Da kam bei Aufwand nichts neues! Wir haben kein zweites Ziel auf jeden Fall! Sagt ihr mir Bescheid, sobald ein Spawnplatz frei ist? Ja, sagen wir euch Bescheid! Weil ein Spawnplatz frei ist! Stutt später! Achso, ne! Also es ist immer auch keine Frage! Also unter Tasks! Wenn dir das Menü... Den Menüpunkt Tasks auf... Ah, jetzt! Ja, ja, alles klar! Wo ist das? Am Ende wieder oben rechts! Das ist 3,3 Kilometer! Das ist voll ekelhaft! Ja, genau! Entweder umfahren wir die Panzer gleich! Mhm! Oder fahren sie selbst mit dem Panzer! Oder wir versuchen die immer noch zu zerstören! Ne, umfahren macht glaub ich mehr Sinn! Also der Hemmel müsste zwar hier aus... Rechts da hinten bei dem Gebäude müsste da irgendwo stehen... Wenn du so aufzug fährst... Ja, fahr mal rechts! Dann kommst du bei den Panzern vorbei! Ne, du bist nicht frei! Dann konnte man auch drumrum fahren! Ja, oder? Das ist ein kleiner Raptor! Soll ich mal so den Claymore hier scharf machen auf dem Beifahrer? Ja, bitte! Schiffrengladung platzieren! Ja... Stunden später... Der weidet nicht grad richtig aus der Raptor, ne? Das... Man ey! Jetzt hast du dich aber selbst... Jetzt hast du dich ja selbst gedestet! Weil sie ja gesagt... Stunden spät! Weil... So lange zum Ausweiten... Weil... So lange zum Ausweiten... Ja, das hat jetzt ein bisschen gedauert! Ja, das mit dem Ausweiten ja auch! Ja, jetzt bist du tot endlich! Ja, jetzt bist du tot endlich! Ne, jetzt bist du tot! Ach, ich spawne da immer wieder! Ach, ich spawne da immer wieder! Setz mir... Ah, du bist... Du bist du... Hast du grad kurz die Base gelockt? Da links ist der Hammond! Ich weiß nicht, ob das noch Base-Gebiet ist vielleicht! Weil... Wenn du irgendwo stürmst, wird deine Leiche in der Base angezeigt! Also so wie der... Das Quart ist auch hier! Okay, du kannst! Ja! Okay raus! Hier ist ein Platz frei! Ja, ich bin schon gespawnt! Alle raus hier! Ja, du hast den DAX schon vorher schon gespawnt! Tut mir leid, Anna! Alle bist du hier? Ja, ich bin auch raus! Ich, äh, wollte jetzt spawnen! Ja, kannst du! Ja, kannst du! Wir sind alle weit genug weg, ja! Was hat denn unser Hammond eigentlich noch geladen? Hat der irgendwas geladen? Ja, ich glaube... Das wäre ein Ding! Passt echt jetzt, genau! So! Spawne ich mal wieder! Welcome back, Anna! Hallo! Jetzt! Du kannst eigentlich wieder einsteigen, wenn du willst! Wir fahren sowieso weiter! Ah! Du Scheiße! Du nicht! Lass' der Helmet doch kaputt! Äh, Quatsch! Das ist doch Hunter doch kaputt, oder? Das ist doch gegen alle gefahren! Richtige Dellen! Richtige Dellen! Richtige Dellen! Ja, 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 genau! Nee, nee! Das ist das... Das geht um Automechanik! Das geht um Automechanik! Das ist normal so! Das ist keine Automechanik! Das ist keine Automechanik! Okay! Das ist allgemeinheit! Das ist die Armarbeit! Allgemeine ist gemeinheit! Ihr legt irgendwas am Strand? Also... Nee, das ist ein... Könnten Muscheln sein! So im Waffen und singst du Muscheln? Oder so wie? Das ist ein... War schön zusammen! Legt der da vor mir, ey! Oh, ein Gegner! Das ist einfach ein Gegner! Der lebt auch noch, ey! Fahr über! Rats! So, was hat er denn dabei? Ich hab ihn gekillt! Er lebt immer noch! Er lebt immer noch! Er lebt immer noch! Geil! Er hat sich... Er hat sich Augen zugehalten und hat gesagt... Geil! Das brauch ich für die Quäste, aber gib mir das! Richtig! Ey, wenn ihr wüsstet, was der mit hat! Hier sind Munitionen für das Scharfschützengewehr drin! Oh, perfekt! Brauch ich! Ich hab gelogen, nur damit du aussteigst! Nee, hast du nicht! Der hat auch die Waffe! Lol, du hast wirklich gelogen! Nee, der hat keine Waffe! Das kann ich gebrauchen! Sorry! Oha! Hat der mich einfach angelogen! Jetzt sind sie erstmal am shoppen hier! Einfach angelogen! Krass! Krass! Unter dem Auto noch gerammt! Zack! Ich überlege aber, ob ich die Katiba nehmen soll! Aber er hat keine Munition mehr dafür, ne? Die ist irgendwie abhandengekommen! Auf jeden Fall ne Titan! Wer will mich hier beklauen! Drei Titan-Raketner dabei! Ich wills! Ja, Flugabwehr! Ja, ich weiß aber! Ich hab ja Glück, wir finden nochmal ein Heli! Ja, eben! Vielleicht hatten die nämlich noch ein Heli! Können wir ja direkt zerstören! Deswegen! Wir könnten aber auch einfach übernehmen! Ist der Heli von denen eigentlich vorhin wieder weg? Ich lute noch! Ja, der ist wegflogen! Ich nehme die Katiba mit, weil... Alles klar! Ich würde es noch gar nicht so wenig Schuss! Ja, mach das mal! Ein Ausschritt am Strand! Das ist das Verplanteste Einsatzkommando, was es gibt! Definitiv! Aber Unterhalte! Und das Gemeinste! Für die Gegner bestimmt! Ich werde echt der Gegner mit den Arsch ablachen! Gemeint sind wir auch, ja! Gemeint wie zehn! Dabei sind wir nur fünf oder sechs! Mhm! Mit einer sieben! Ich lass mich in die Rollen abdrängen! Mit einer anderen sind wir zehn, ey! Mit einer anderen sind wir zehn, ey! Mit einer anderen sind wir zehn! Hier, jetzt dreh ich dein Auto hinten am Reifen! Nicht umsonst hab ich gefragt, ob ihr noch drei Plätze frei habt, als ich ins Projekt wollte! Ja, genau! Aber, aber... Sehr gut! Dallumö, ich koste dich! Ich brech dir gleich in den Nacken! Was macht denn der Quaschfahrer aus vorne, ey! Sag was ja! Der war so... Der war so süß langgegangen! Damit du dich fester angeklammerst! Okay! Wir kommen auch wieder! Links ist nochmal... Links ist nochmal ein Schrottplatz? Oder waren wir da schon? Oder waren wir eben dabei? Ne, da waren wir nicht! Das ist das zweite Junkyard! Da steht doch ein Junkyard! Ah, da steht ein Auto! Da steht ein Auto! Ja, das ist das zweite Junkyard! Mir wurde bei The Bear gerade angezeigt! Ich muss euch auch folgen! Also... Das ist ein Fahrzeug, ist halt wichtig! Nur wegen dem Sprengen! Da vorne steht nochmal ein Auto! Seht ihr es? Ja! Ich überprüfe das vorsichtig! Och Dalu, bitte! Ich will nicht sterben hier! Ich hab kein anderes... Ich kann mir stehen! Rechts werden geschossen! Achso! Achso! Deswegen hab ich mich hier in der Wand versteckt! Wie so ein Polki das macht! Bitte im Kofferraum gucken, was da drin ist! Wer ist mein Beifahrer? Allgemeine Kofferraumkontrolle! Nicht mehr! Wer ist denn in der Hand der Beifahrer? Ich seh einen! Bitte vor mir weg, Dalu! Dann hab ich das nämlich Beifahrer nehmen! Und der Hemmel? Nee! Ja! Das schläft doch nicht! Von diesem Auto oder was? Zwei Leute seh ich! Wir werden beschlossen hier in dem Auto! Okay! Zwei Leute seh ich! Nehmen Erste-Hilfe-Kasten! Okay! Fette Beute auf dem Schrottplatz! Äh... Entfernungsmesser nehmen! Alter! Diese Waffe ist so scheiße für ein Sniper! Hanep! Ja! Kommen wir da zurück, bitte! Okay! Schießt sicher auf mich, oder? Ja, da draußen hab ich mich verschissen! Ich schieße auf den Typen, der da ganz hinten steht! Aber ich kann ihn nicht treffen, weil der Hemmel hier rumfährt und das ganze Bild verwackelt! Eine Gradzahl oder so von dem Typen? Ja, aber hier rechts vom Strand kommen auch noch Schüsse, ne? Ich hab ein neues Auto gefunden für uns! Ich hab mich nur schützend vor euch gestellt! Rechts vom Strand kommen nämlich auch Schüsse! So! Neues Quad steht am Quad! Hier ist direkt jemand! Direkt am Baum hier! Sie sind recht sicher hier drin alle, ne? Die haben keine Raketenwaffe, glaub ich! Glaub ich! Haben sie! Wirklich sicher! Glaub ich! Sprengmeister ist recht von Liquid Duck! Ich fahr hier grad ein übern Haufen! Das war der Sprengmeister! Ja! So viel zum Thema Sprengmeister! Der lebt aber noch und rennt grad vor dir weg! Nein! Der hat dich ganz schön gedisst! Nein! Der liegt hier auf dem Boden! Das ist nur Fake gleich! Der liegt unter meinem Fahrzeug! Das hier ist nicht TTT! Boah! Zwischen den Rädern alter! Ich lauf hin und guck ob der Beute hat! Ja! Link schon! Ich hab den hier fest gepinnt! Linke Seite vom Fahrzeug! Zwischen den Rädern! Wollen wir ein bisschen Strecke zurücklegen mit den Fahrzeugen? Einfach mal hier weg! Der hat keinen Rucksack angeblich! Was soll ich aussteigen? Der hat nur seine Waffe! Sonst nix! Ja, der hat auch nix dabei gehabt! Habt ihr was dagegen? Wollen wir einfach ein bisschen weiter fahren jetzt? Ne! Können wir gerne machen! Ja! Hey! Wer denn mein weißes Quad da? Das ist schon okay! Ja! Ja! Möchtet ihr eigentlich noch einsteigen hier grad? Achso! Hier warten wir den Quadster! Ja! Ich hab ein neues dazu geholt! Dann fahr ich mal ein Stückchen vor! Weil wir sind auch am meisten gepatzer würde ich sagen! Auf jeden Fall meine Reifen sind hier gelb! Nur weil ich vorne sitzen! Du machst es aber auch eigentlich schwer! Alles klar! Ich bin der Erster sein! Niuuuu! Niuuuu! Zwischendurch! Jaaa! Na einfach schnell an allem! Kannst du ihm zulassen! Aber der passt auf dem Panzer auf ne? Du hast den Panzer? Ist ja egal! Wer fehlt! Komm, wir gucken mal! Wir gucken mal, ob's da irgendwie was gibt! Jeder für sich! Wir gucken mal, ob's da irgendwie was gibt! Wir haben einen Fall! Na ja, ich bin doch zum Glück so leicht zu treffen! Guck mal nebenher auf den Snap! Okay, wir werden beschossen. Who is the fuck? Volles Konvoi hier, links von uns in den Gebäuden. Ja, an dem Gebäude. Ach, Flugabwehr kann ja gern probieren, den ja wüsste ich. Richtige Arcade-Mann ist mein Haus hier. Einer Blatt. Hier rechts. Hier gib mir den. Ah, da ist ein Auto, ne? Welche Waffe soll ich nehmen, ey? Da ist glaube ich jemand drin. Dann schieß den raus. So, hier draußen hab ich jemanden gekillt. Den muss ich zwar zweimal überfahren, aber... Wow. Guck mal da, hier. Na ja, so ein Bote geht auf jeden Fall an. Ein gutes Zeichen für das Kant-Fahren. Ist alles rot. Ja, sehr gut, Anil. Sehr gut, fahr weiter. Hast du nicht die MX, hast du ne GL mit Granatwerfer? Ich hab ne MX-M, 6,5. Ja, MX-M ist ne Sniper. Ich weiß, ich will ja auch Snipern. Nein, nicht der Raptor. Aber das ist die schlechteste Sniper, die es gibt. MX-M, MX-M ist keine Sniper. Doch, MX-M ist ne Sniper. Siehst du den Kampf-Chat nicht in dem Hangar hier? Kampf-Chat? Ja, hier steht einfach ein fucking Kampf-Chat, ey. Das visuelle Arsenal ist hier noch. Wow. Da musst du drangehen, effe dicke Masken. Sag das keinem, ey. Erstmal einkleiden, ey. Hammerdin, wir wissen gar nicht, dass man mal einen Arm auspacken kriegen kann. Erstmal... Nee, hier... Alle hier liegen auf, dann gehst du noch Raketenwerfer. Hier ist überall Loot. Irgendwie sind... Warte, ich steig mal aus. Da schnappe mach ich mir doch noch dran. Ich hab jetzt auch wieder Flugabwehr dabei. Hast du schwarze Maske auf, auch? Ne, das ist ne grüne. Oh, hier läuft einfach mal so... Ja, warte mal. Wenn ich die grüne Raptor schieße... Guck dir das an! Da schießt jemand ab und da unten! Nein! Achso, doch, kann sein. Ich hab auf jeden Fall hier noch... Guck mal! Jetzt kommt doch endlich! Ich seh's doch hier! Geil! Ich bin tot! Oh, Mann! Ich hab'n... Ich hab'n Infanter... Ich hab'n Infanter... Ich hab'n Infanteristen noch gekillt. Alter, Anne, sorry, ich bin gleich bei dir. Ich muss nur einen Raptor töten. Oh, sorry, ich bin... Achso, ne, kein Problem. Lalo, wenn du... Wenn wir noch Repair-Kits haben, könntest du den Hemet reparieren. Habe noch Repair-Kit, ja. Alter, ich komm'n die alle gefahren. Ich komm'n die alle gefahren. Also ihr benötigt meine Hilfe wieder, ja. Ja. Seht das? Ja, okay, gut. Definitiv. Ich kann... Das ist korrekt. Anne, was kannst du? Äh... Alter, was ist das denn hier? Nix, ich musste grad den Raptor in unserer Base töten. Nix, ich musste grad den Raptor in unserer Base töten. Also quasi hinter der Hangarei, wo ihr seid. Was? Ne kurze Frage noch da, du hast das doch nicht gefunden vorhin. Äh, hier kannst du so Visiere und Westen und Rucksäcke größere... Gibt's hier alles mögliche. Okay. Den soll ich reparieren oder was? Habt ihr gesagt, hier war irgendwo ein Kampfjet? Ja, ich hab einen Kampfjet, wahrscheinlich nicht rein. Und ähm... Der hat mir das nicht kaputt genug bei mir. Und hier sind überall Raketen. Nicht? Zwei Sachen komplett gelb. Hier komplett gelb kann ich nicht. Das ist auch, als wär der, als wär der kaputt. Kann das sein. Ja, ich komm mal nicht. Achso, bist ja auch drin. Dalu, wenn du rausgehst, links. Und dann nochmal links. Ja. Was ist da? Surprise, motherfucker. Vielleicht kann Dalu, ähm... Den reparieren. Der Hammer, alles was gelb ist, kann ich nicht reparieren. Das muss kaputt sein. Ja, das Ding hier so kaputt ist, man kann nicht mal einsteigen. Das könnte ich reparieren. Ich glaube, ich kann nur sagen, ich kann das Ding nicht fliegen. Ne, die reden grad von dem anderen Fahrzeug. Ja, den Jet meine ich, den kann ich reparieren. Direkt vor der Haustür, hab ihn. Sehr schön. Links um den Hangar rum seh ich grad nix. Okay. Ich seh da hinten welche mit dem Night Stalker. Crabs, kann ich das Auto haben? Ich würd gern ein bisschen weg. 1, 2, 3, 3, 3, 4 Personen. Da sind bei mir. Ja, bei Crabs und bei mir. Seid, ich fahr grad zu euch, glaub ich. Lecker, der Crabs. Ja, es sind aber vier Personen hinten am Ende des Flugfeldes. Wo ist der Jet? Hier, wo ich bin. Ah, ja, okay. Ja, ich weiß. Lass mir jetzt mal schauen, wie... Also, Pim, Pim, Pum, Flugzeug habe ich jetzt nicht repariert. Ne, muss ich ja mal kurz schauen. Das sagt keiner. Oh, der Himmel wird beschossen. Von nem Panzer oder ist das? Das kriegen da exklusiv geschossen. Geht da was an oder? Wo steigt man denn eigentlich ein? Ja, das wissen wir auch nicht. Ja, wenn ich nicht weiß, wo ich einsteigen kann, weiß ich auch nicht, wo ich reparieren kann. Ah, du bist unfähig. Er wird so mit denen mitgenommen. Der ist nicht mal echt. Oh, da hinten laufen Leute auf jeden Fall. Du kannst durchlaufen durch das Ding. Töten, töten. Also, eure Papp-Attrappe vom Jet kann ich nicht reparieren hier. Also, hier ist auch ne Scheiß-Position, ey. Hier kann ich überhaupt nichts machen auf dem Hangar. Ich seh nix hier, kann irgendwo hinschießen. Aber wir können nicht hier den Partner in... Links in euren Hangar rum sind auf jeden Fall Leute. Das stimmt. Hier sind übrigens noch, ähm... Paketen und ne... Aber alles Flugabwehr wieder. Ja, apropos Flugabwehr. Wenn ich gleich ein schnelles Fahrzeug habe, hol ich mir ein Helikopter. Okay. Okay. Der Helikopter holt er sich und will ich holen, was zu trinken. Im nächsten Part. Genau. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.